Herzlich willkommen zu täglichen Dosis Trash, holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute gibt es nochmal ein Update zu Peter Klein vs. Iris Klein. Ihr habt es ja mitbekommen, Peter Klein und Yvonne Wölke haben jetzt endlich zugegeben, dass sie zusammen sind. Und ja, daraufhin war natürlich Iris Klein not amused und ich konnte sie da auch so ein bisschen verstehen, weil ich fand dieses Rumgedruckse von wegen, ja wir sind ja gar nicht zusammen und ja Peter ist aber verliebt und Co. die letzten Monate und man muss ja schon sagen Jahre eigentlich auch recht albern. Es war relativ offensichtlich, dass die beiden sehr häufig zusammen zu sehen waren, auch zusammen gebucht wurden, jetzt auch in einem Format auf Join, wo es wieder diese Sendung gibt. Hier das große, nicht große Bromibüßen, sondern, wie hieß denn das jetzt nochmal, Leute helft mir mal in den Kommentaren, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber Forsthaus Rampensau, also diese Namen heutzutage, ja. Aber ja, da sind die jetzt zu sehen und ich bin gespannt, ich werde es mir natürlich für euch angucken, bin aber auch so ein bisschen überlastet schon fast mit diesem ganzen Format, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ja, das erste Sommerhaus, gerade fertig, dann sind noch fünf verschiedene andere Formate, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Also seht ihr das auch so, dass es zu viele Shows sind, dann schreibt mal Shows unten rein. Ich finde es mittlerweile echt ein bisschen too much. Naja, auf jeden Fall ging es da hin und her, habe ja gestern schon darüber berichtet, also schaut auch gerne das letzte Video euch an. Das will ich jetzt nicht komplett nochmal wiederholen, übrigens ist das Bambi zu sehen, also schreibt mal Bambi unten rein, wenn ihr das vermisst habt. Und ansonsten, ja, gehen wir jetzt hier mal in die Reaction Cam, denn Peter Klein hat jetzt hier ordentlich Tacheles gesprochen. Und nicht nur hier in einem Reel, sondern auch in seiner Story gibt es einige Postings, wo man sagen kann, okay, ja, da scheinen ihm auch einige Leute Rücken zu geben. Das ist auch das ehemalige Management und Co. Ich würde aber sagen, wir konzentrieren uns jetzt hier auf das, weil das ist jetzt wirklich das Statement, das große Statement, was immerhin auch fast 8000 Leute geliked haben. Also er ist ja jetzt nicht so ein großer Influencer, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Aber gut, Peter Klein schreibt dazu, ich habe lange geschwiegen, nur immer wieder auf die Zunge gebissen und gedacht, halte durch, der Tag der Scheidung kommt. Da muss doch Ruhe einkehren, ich habe mich wohl getäuscht. Gut, muss er auch ein bisschen mitrechnen, wenn er dann sagt, hallo, wir sind zusammen, dass dann natürlich auch nochmal was kommt, aber gut. Gut, ich habe mich wohl getäuscht und jetzt ist es für mich an der Zeit, laut zu werden, meine Wut und meinen Zorn einer Stimme zu geben und allen Menschen eine Geschichte zu erzählen, ohne Lügen, ohne Hass, die belegbare Wahrheit, ohne etwas schön zu reden. Wir gehen einfach, um die Augen derer zu öffnen, die scheinbar immer noch blind jeden Mist glauben, der ihnen aufgetischt wird. Und ja, man sollte wirklich nicht alles glauben. Also es wird viel Mist erzählt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, muss man da auch ein bisschen mit leben. Ich finde aber auch, wenn es so Grenzüberschreitungen gibt, dann kann man das natürlich dann auch abmahnen. Muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich muss aber auch hier sagen, ist schon ein harter Tobak teilweise. Also zu meiner Person gibt es so viel Blödsinn, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da mal alles erzählt wird. Aber so ist das manchmal heutzutage, wenn man die Klappe aufreißt, muss man halt auch hier und da vielleicht mit leben. Aber es gibt halt auch Grenzen. Und das wurde bei Peter Klein, finde ich, schon mehrfach von Iris Klein auch getan. Denn sie hat dort wirklich Dinge erzählt, die so unter der Goethe-Linie waren, die nicht in Ordnung waren. Und dann halt auch noch teilweise gelogen, wie sich ja dann bei Promibere ausstellt. Und naja, gehen wir hier mal rein. Nein, ich bin nicht mehr still. Und da ist Musik hinterlegt, deswegen spiele ich das jetzt nicht ab. Ich muss hier auch immer stoppen. Nachdem jetzt eine Nacht vergangen ist und ich die Ereignisse des gestrigen Tages ein bisschen verarbeiten konnte, ärgere ich mich tatsächlich darüber, dass ich diese Schmielentheater, was Iris direkt nach der Scheidung vorführt hat, einfach so kommentarlos habe geschehen lassen. Da ich diese Situation gestern aber einfach nur lächerlich fand, fehlte mir der Wahlblick zu verstehen. Was sie gerade wieder abzieht, die von mir beim Interview gewählten Worte waren daher sehr knapp gehalten, weil ich einfach nur aus dieser Situation heraus wollte. Kann man ja auch ein bisschen verstehen. Generell ist das ja eigentlich immer recht unschön, wenn man da noch nachtritt, so nach so einer Partnerschaft und auch nach einer Ehe, die man ja sogar ewig verheiratet hat. Ja, dann geht es hier weiter. Hat er leider hier, ich hätte mir so ein Video eher gewünscht, aber ich trage es hier für euch vor. Wenn ich könnte, würde ich rückblickend Folgendes ergänzen. Das Ergebnis der heutigen Ehescheidung war letztendlich das, was wir vor 18 Monaten schon auf Mallorca besprochen hatten. Mit einer Ausnahme, dass es hier jetzt aufgrund ihrer angeblich schlechten finanziellen Situation nicht möglich ist, den Betrag von 100.000 Euro in einer Summe zu zahlen, sondern dass sie diesen in zehn Raten begleichen muss. Und das ist dann auch schon eine ganze Menge, also 10.000 Raten. Aber gut, das finde ich jetzt eigentlich noch okay, wenn sie das jetzt gerade nicht kann auf einen Schlag. 100.000 hat jetzt nicht jeder einfach mal so rumliegen. Ist das, finde ich, okay. Und mit Raten finde ich das auch okay. Ich weiß ja nicht, wie das dann mit den Raten ist, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es jetzt monatlich oder quartalsweise diese 10.000 Euro da zu zahlen sind. Dann wäre ja dann auch nach zwei, drei Jahren abgefrühstückt. Oder nach einem Jahr schon, nach zehn Monaten. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann ist. Dann geht es hier weiter. Hierzu sage ich nur lächerlich, muss man mal auch bei Aussagen. Sie kommt aus der Familie Katzenberger. Ihre Tochter ist Multimillionärin. Herr Cordalis ist auch mit einem goldenen Löffel im Mund geboren durch den Vater. Also da ist eigentlich genug Geld vorhanden durch die ganzen Trash-Formate, wo sie dann auch noch dabei ist. Eigentlich auch. Also schon so ein bisschen komisch. Weil sie nachweislich fast eine halbe Million Euro zur Seite gebracht hatte, von denen 400.000 Euro gemeinsames Vermögen waren. Also das ist das Geld von ihr und ihm. Und dann müssten die 100.000 Euro natürlich dann auch gezahlt werden. Dieses Geld hat sie in krimineller Absicht wissentlich ihres Vorhabens unterschlagen und bezeichnet es seitdem als ihr Geld. Das ist natürlich eine Sauerei. Könnt ihr ja natürlich dann einklagen, wenn das so wäre. Nein, diese von ihr geforderte Ratenzahlung ist wieder nur ein Machtspiel ihrer Krankenseele. Und das kann natürlich auch sein. Ich weiß ja nicht, wie lange jetzt diese Raten da sein sollen. Wenn man jetzt sagt, okay, scheiß drauf. Es ist jetzt quartalsweise, kommt jetzt hier mal eine schöne Summe rein. Kann man ja aus Sohsicht das schönreden. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt über Jahre sich erstreckt, ist das natürlich dann auch blöd. Wenn es jetzt monatlich käme, dann ist das ja auch relativ schnell in einem Jahr durch. Aber trotzdem, wenn es jetzt stimmen sollte und sie hat eine halbe Million zur Seite gelegt, ist das natürlich das Allerletzte. Das muss man hier auch so deutlich sagen. Dann geht es hier weiter, worauf ich aber hinaus will, ist folgendes. Hätte man das im März 2023 so geregelt, wie es besprochen war, sie zahlt nur 100.000 Euro aus als Ausgleich für den Zugewinn in der Ehe, welcher ja aktuell vorhanden war, wären wir seit dieser Zeit geschieden. Sie hätte zu diesem Zeitpunkt auch die anderen Optionen wählen können, die ich anbot. Ich verzichte komplett auf das Geld und sie verpflichtet sich notariell beglaubigt ab dem Zeitpunkt nicht mehr über mich oder Yvonne in der Öffentlichkeit zu sprechen oder uns zu thematisieren. Das ist eigentlich auch ein guter und netter Vorschlag. Diese Option hat sie aber abgelehnt, ganz davon abgesehen, dass sie zu dem Zeitpunkt auch die Möglichkeit gehabt hätte, die Summe in einer Rate zu begleichen. Das ist schon ordentlich eine Abrechnung, das kann man mal wieder so nennen. Also Clickbait Da Vinci ist da. Im Nachhinein betrachtet muss man natürlich sagen, dass sie dann dieses ganze Schmierentheater, welches sie die letzten 18 Monate vollführt hat, dann nicht hätte machen können. Ja, Promi-BB wäre letztes Jahr nicht möglich gewesen, das stimmt. Diese Geschichte, die sie seit Januar 2023 inszeniert, hat ihr ja so, wie man es verfolgen kann, einen mächtigen Karriereschub eingebracht. Ja, sie ist jetzt die traurige, abgelegte Frau. So deutlich muss man es ja sagen. Viele identifizieren sich. Der Mann hat sie für eine Jüngere verlassen. Und das gibt es ja häufig. Ist ja auch so eine Angst von Frauen, dass die im Alter dann sitzen gelassen werden. Und das ist ja sehr unschön. Sie wurde wieder interessant für die Medien. Ihr sinkender Stern begann erneut zu leuchten. Sie gab unzählige Interviews, wurde in den TV-Ausschuss geboten. Oh, der haut ja hier mal richtig jetzt mal auf den Putz. Nahm zwischenzeitlich an vier Reality-Shows als Protagonistin teil. Auch richtig. Konnte ihren Marktwert in Social Media aufgrund der exorbitant gestiegenen, wenn auch, wie man Munke teilweise gekauften Follower, noch harter Vorwurf, aber kann durchaus sein, verfünffachen, was ihr mit Untergagen für einen Post in fünfstelligem Bereich einbrachte. Da hat er auch nicht Unrecht. Das bedeutet, für sie läuft es, seitdem sie diese Gerüchte gestreut hat, richtig gut. Wow. Also ich bin ja richtig stolz auf Peter. Wie gesagt, guckt auch immer so ein bisschen, wartet auch mal einen Tag ab, bevor ihr bei mir immer kommentiert, ich berichte über alles. Ich weiß, das letzte Video kam ein paar Kommentare, die da ziemlich sauer waren. Wartet doch mal ab, Leute. Ich muss jetzt hier auch nicht zehn Videos am Tag hochladen. Ich möchte das hier so ein bisschen gemächlich, einfach so wie die letzten Jahre machen, auch wenn denn irgendwelche Gossip-Seiten schon drüber berichtet haben, mache ich das dann halt einen Tag später oder ich mache schon teilweise hier zwei Uploads alleine auf dem Kanal. Ich will jetzt hier nicht fünf Videos am Tag machen. Ich bin ja nicht Promi-Flash. Komischerweise aber wird mir von ihr immer wieder vorgeworfen, dass ich das alles nur gemacht hätte, um berühmt zu werden. Die Frage, die ich mir stelle und die ich auch an euch richte, ist folgende. Was habe ich gemacht und wollte ich berühmt werden? Letztendlich wollte ich lediglich Musik machen und dafür wurde ich ausgelacht und verspottet und mein Vorhaben von Iris ins Lächerliche gezogen, wo die ja beide sogar zusammen auftraten. Wer erinnert sich, mit Frau Katzenberger noch im Publikum als noch Nicht-Z-Promi. Als Kneipensänger wurde ich tituliert als einer der Versuch, Karriere auf ihren Rücken zu machen, weil ich ihre Prominenz dazu ausnutzen würde. Ich sei ja schließlich kein Entertainer und mein Gesang, naja, wäre ganz okay, aber nichts Besonderes. Ja, das stimmt auch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt jemanden macht. Es gibt Leute, die können auch nichts singen und sind trotzdem super erfolgreich. Dann geht es hier weiter. Genau genommen, und da kommt man nicht drum herum, müssten sich die Leute eingestehen, dass Yvonne und ich letztendlich die Opfer der Fantasie und der Höhengespinste von Iris waren und auch immer sind. Wir wurden beschuldigt des Ehebruchs und des Fremdgehens, nur weil sie ihre Fantasie und die Realität nicht trennen konnte, gestärkt durch die Fake-Informationen ihrer Pseudo-Freunde aus der Reality-Branche letztendlich nur zu einem Zweck ihrer Gier nach Aufmerksamkeit und Geld. Wow. Mal schön Messereien ins Rücken. Die ganzen Anfangen der letzten Monate, die Yvonne und mir hingegen schlagen, sind auf dieser einen falschen Behauptung von Iris aufgebaut. Also anscheinend sind sie zumindest nicht des Ehebruchs hier schuldig. Natürlich ist es jetzt einfach auf Yvonne und mich zu zeigen und uns beiden die Schuld in die Schuhe zu schieben, da Iris sich ja in der Öffentlichkeit immer als Opfer präsentiert hat und die Menschen ihrer scheinbar immer noch Glauben schenken. Aber ist das auch richtig eine Behauptung? Das ist das, was Iris gemacht hat, bleibt lediglich eine Behauptung. Manchmal komme ich mir vor, wie im Mittelalter bei der Hexenverfolgung, wo unbescholtene Menschen ohne Nachweis der Richtigkeit beschuldigt verfolgt und letztendlich ermordet wurden, weil sie ja schließlich schuldig der Hexerei wären. Ja, das ist jetzt ein harter Begriff, aber es ist manchmal schon so eine Hexenjagd heutzutage. Man erinnert sich nur an Luke Mockridge und so Leute. Das war ja teilweise echt nicht mehr ganz sauber die letzten Jahre. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, in der es Gesetze gibt, die Menschen auch schützen und nicht nur verurteilen. Wo immer noch in der Rechtsprechung heißt, dass jeder, solange seine Schuld nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde, frei zu sprechen ist. Alle Menschen da draußen, egal welches Schicksal sie tragen, sollten sich immer eines fragen, würde es mir gefallen, wenn man so mit mir umgehen würde? Würde es mir gefallen, Opfer einer besessenen, nach öffentlich aufmerksamkeit agierenden Person zu sein? Würde das alles hinnehmen oder würde ich mich wehren? Würde ich denen, die im selben Boot sitzen wie ich, nicht auch den Rücken stärken und gemeinsam mit denen dagegen ankämpfen und mich dessen erwehren, was mir beziehungsweise und hier angetan wird? Ich glaube, alle würden sagen, ja, natürlich würden wir uns wehren und das nicht gefallen lassen. Und hier haben die Spielbälle Namen Yvonne und Peter. Mensch, der hört ja hier gar nicht mehr auf, wa? Nein, ich bin nicht mehr schnell. Und das war es dann mit diesem doch recht krassen und heftigen Update. Ich bleibe auch dran, ich werde jetzt die Storys auch bei Iris und Peter hier mal durchgucken. Ja, generell bin ich insgesamt pro Peter. Ich konnte jetzt auch so ein bisschen die Iris verstehen, aber wenn man jetzt das jetzt nochmal hört, wow, dann sind die Punkte, finde ich, schon recht klar bei Peter. Ihr könnt ja mal reinschreiben, Team Peter oder Team Iris, für wen ihr da eher sagt und für wen ihr da seid. Und ansonsten lasst gerne ein kostenloses Abo da, drückt auf die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann soll es das für heute hier gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.